Die Kamera hat ein optisches Unbewusstes. Gegenüber dem Gewohnheitsblick, den wir sozusagen haben, kann die etwas aufnehmen. Und jetzt ist man überrascht, das sieht ja ganz unkonventionell aus. Das sieht ja unwahrscheinlich aus. Und das ist Film. Und jetzt kommt das Zweite hin, das ist die Einstellung. Und daran waren wir verliebt, Momentaufnahmen. Und jetzt können Sie solche Momentaufnahmen, je gegensätzlicher Sie sind, miteinander montieren. Und an der Stelle, wo zwei Bilder Gegensätze bilden, am liebsten gegeneinander schreien, da entsteht das dritte Bild, die Epiphanie. Und das ist Film. Ein Film ist eigentlich ein unsichtbares Bild. Das liegt entweder außerhalb der Quadrierung, also des Filmbildes, oder am Schnitt.